... Wir haben uns ja viel verpäsent, was uns auf Düsseldorf macht, glaube ich, denn hier kommt unsere Mannschaft, das ist die Düsseldorf-Düsseldorf-Düsseldorf-Düsseldorf-Düsseldorf. Applaus Und als Kampferbein sind, haben wir ein paar Fests, die wir jetzt noch kaputt gemacht haben, haben wir gleich mal gemacht. Ja, super. Hier ist der Line-up von TPS, Tupu, der Angriff zu Paris, Becker, Sehle, Janu, Pikerlein. Hier ist die Verteidigung, die Femmarschner, Nummer 9, Nummer 3, Italy, Nubelie, Nummer 4, Nubelie, Nummer 4, Nubelie, Nummer 6, Nummer 6, die Klasse aus Linnmann, mit der Nummer 7, Nummer 7, Henry, Talinda, Nummer 26, Nummer 26, Marcus Coyo, 36, Nummer 36, Henry, Irone, und mit der Nummer 55, Nummer 55, Ali, Tika, Entschuldigung, hier, mit der Nummer 4, Nubelie, Nummer 10, Erik, Jenny, mit der Nummer 12, Nummer 12, Dreh, aber! Mit der Nummer 22, Nummer 22, Jenny, Arthur, mit der Nummer 29, Jonne, Wirtan, mit der 32, Lauri, Tukunen, die 44, Nummer 44, Elias, Karpunen, hier, mit der Nummer 24, Nummer 18, Julius, Wahn, mit der Nummer 50, Nummer 15, contender, mit der Nummer 50, der Klasse, Saalu, mit der Nummer 60, Nummer 16, Tio, Vosicata, mit der Nummer 24, mit der Nummer 29, der Klasse, mit der Nummer 28, die Klasse, mit der Nummer 68, Patrick, mit der Nummer 68, Patrick, Moisio, mit der 84, Elifor, Hierkaner, Pirke, Reinen, und der Nummer 31, in dieser Bein gelangenen Radar. Perfektur in Roten Düsseldorf, 1934, Nr. Zischiegel Alexander Georgiev, und Nr. 34, Kultusiefer Wolf, Oskar Seetan. DG, Laufgestellt, Volitärer, Kautes, Sontreuzer, Tomies Abschleiter, in ihrer Verteidigung Defenders, Nr. 3, Nr. 3, Stefan! Nr. 4, Nr. 4, Tim! Nr. 8, Nr. 8, Junas! Nr. 24, Nr. 24, Cory! Nr. 27, Tim! Nr. 24, Nr. 44, Kurt! Elvis! Nr. 67, Top Scorer der DEG, Nr. 25, Nr. 25, Nr. 27, Nr. 26, Nr. 27, Bernhard! Nr. 26, Nr. 25, Nr. 9, Maxi! Nr. 25, Nr. 1, Nr. 14, Nr. 14, Nr. 14, Nr. 19, Ruff! Nr. 20, Marot! Nr. 21, Chris! Nr. 20, KPT, Nr. 23, Daniel! Ayo! Alexander! Oh, ja! Alexei! Travis! Ayo! 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 Pauly! Let's get it! I'm gonna try this! Hey, guys, I'm looking at the balls! I'm a warrior! The champion for the year, first, on the past! I'm going to try this number, and I'm going to try this number! Okay. Ich hab das noch nie mal. Ja, ich hab das noch nie mal. Wir haben ja die Tür. Ich hab das noch nie mal. So ein Feiertag haben wir in der vergangenen Woche erlebt. Und heute soll der zweite Festtag folgen. Das ist die Champions Hockey League. Das ist die DG. Das ist Hockey. Hier kommt unsere Mannschaft. Hier kommt das Team. Hier ist die DG. Das ist die DG. Ich nannteensa Lore für euch. Wir kommen zu den Schiedsrichtern des Volkswahlkampf, our Referees from Sweden aus Schweden, Sylvain Persson und der zweite Referee Gordon Schuckis, von dem assistieren Neitz, mein eigener Werker und Markus Seesle. Schalalalalala Degen! In der Verteidigung liefern es Nummer 4, Nummer 4, Thomas Moicis, mit der Nummer 7, Henrik Tallinnah, vorwärts die Stammer, Nummer 32, Nummer 32, Lavi Tuchel, mit der Nummer 60, Nummer 16, Théo Kostinger, und mit der Nummer 71, Tommi Calion, und hier ist die Starling Six, unser DG. In der Verteidigung, Defenders, mit der Nummer 3, Stefan, mit der 67, der seinen Vertrag sogar bis 2019 verlängert hat, Bernhard! Im Sturm vor Ort, Nummer 11, Nummer 11, Eddie! Erwanowski! Mit der Nummer 40, Nummer 40, Kiel André! Orland! Mit der Nummer 42, Nummer 42, Alexei! Im Tor fängt an die Nummer 35, Goldhandel, Nummer 34, 25, Matthias! Widerberger! Ich spreche den Volk, ich spreche die Laufbahn, danke! Hallo! Hallo! Widerberg! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR Ja, wenn du den Chat mit sich holen musst du dir mal Gas geben. Ja, hör mal, wer steht! Hallo! Ruffing. 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 Schicks! Geh mal eine Rauchung! Die haben vorher in der 24. Sie sagten, wo ist sie denn? In der 24. Ihr richtet bei mir in der 24. Dann hat er ja noch eine Kube. Ich hab gesagt, wo ist in der 24? Aber man hat eine Stunde in der 24. Ja, ich hab gesagt, das war noch ein bisschen. Ja... Ja... Hey! Hey! Hey... Ihja... Applaus 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 Kommen Sie früh, die Fühnen! Ungekehrt! Die ersten, die nach dem Leben sind wieder. Wer fährt? Sie gut sind! Gehladung! Ole Ole! 13, zwischen 47, gespielt Auslagstreffer zum 2 zu 2 für die DG. Und den Tor schützt und trinkt die Nummer 71, Trevis. Seine Assistenten, die Spieler mit der 44, Kurt. Trevis! Und die Nummer 4, Tim. Handball! Zumal! Es läuft die letzte Spielminute im zweiten Hürde, als Männer in der 2. Periode. So! Nicht enden jetzt! Die 2. Champion Soccer League spielt uns an EG, Sie gehen sie fest zu schlugen nach dem 2. Periode 3 zu 4. Die 4. Topf 5, Topf 5. Ich kann unsere Farben weg! Was soll's unsere Farben weggehen? 10,50? 10,50? 10,50? Was war's? Es soll aber ohne uns stehen. Den Punkt, den haben wir uns wirklich verdient. Ja. Und den hört vielleicht schon krank aus, wenn... Aber die müssen ja den Gegner jetzt schnell von den Strattweg unterbauen können. Was ja ein Gatter für Katschiere ist, dass sie sich selbst in der Zukunft dringend haben. Wir wollen sie schierigen. Wir brauchen sie. War ja das mit dem Strattweg. Ja, ich hab ja gesagt, dass sie da war. Warum denn die Strattwebe? Wir gehen an die Anstattung. Genau, wir brauchen sie. Wir brauchen sie. Olle, Olle, Olle! Es war der letzte Mann, der Spielbüro mit Schlosserschnitt. Das war der letzte Mann, der Spielbüro mit Schlosserschnitt. Olle, Olle! Olle, Olle! Olle, Olle! Lüßelabwege, Lüßelabwege, Lüßelabwege! Wie viel künstlerische Entspanien. Musik Die Ukraine, die hochgehe, Gopi, Lüßelabwege, Lüßelabwege, Lüßelabwege! Lüßelabwege, Lüßelabwege, Lüßelabwege! Lüßelabwege! Olle, Olle! Olle, Olle! Lüßelabwege, Lüßelabwege! Ole 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 Kusulovayek, Kusulovayek Sulawege! 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1. Good win! In der Mutti! 1, 2, 1, 2, 1. Danke, Schiri! Danke, Schiri! Danke! Guck mal, ich bin! Scheiße! Wie will ich? Bitch! Oh, ich hab's schon regelgeist. Ich hab's schon regelgeist. Ich hab's schon regelgeist. Wahnsinn! Was wohl nie ist für unsere Mannschaft, was希望 er kann. Was wohl eine Mannschaft! Die Gegend! Das arrivier ist so gut zu sein. Die größte Gegen Extrem喜歡. Die Frieden, 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 Frieden! We want the world! Yes, it's going on! Good luck, Schering! Frieden, 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 Frieden! Frieden, Frieden!